So, hm, ich komm nicht hoch, ich schleiche. Nein! Scheiße. Stirb! Nein, die doofen Kackranken! Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Hunger Games mit Pralo und den anderen beiden Vollspacken, die auch nur wer oben hängen sollten. Obst du den gleichen Spawn? Ich weiß es nicht. Wir spielen mal wieder Montes at Pontes. Ich weiß gar nicht, wann wir die zuletzt hatten. Also in der Theorie hatten wir die letzten Samstag, ne? Also da ich ja so ein bisschen... Gefailed. Ich bin mit Basti an einem... Ich bin mit Basti und Dauergamer an einem Spawn. Ich bin alleine. Ja, du bist forever alone. Also bei mir bewegen die beiden sich nicht. Doch. Nein, Alter, der hat ein... Guck mal, der hat schon Dings. Ein Schwert? Scheiße. Der komische Typ da. Der andere. Eine kam mir noch Grace Period. Komm ich eventuell noch da hinten ran. Irgendwie war meine Stadt so komisch. Ich hab eine Kiste geöffnet, da war nur ein Stück Fleisch. Wo ist er? Er ist weg. Ja, äh... Ich hab schon einen Bogen und zwei Pfeile und ich muss hier grad erst mal... Puh! Also der Typ hat mich zum Glück jetzt nicht verfolgt, sonst wär ich jetzt wahrscheinlich schon gestorben, die Runde wär im Arsch. Basti meinte, würde dann ja meinen, er muss ja weiterspielen, du kannst ja nicht immer gute Runden hochladen. Ja, toll. Was bringt denn das, wenn ihr dann zwei Minuten gucken könnt, wo die Folge eh nur, äh, wo so eine Folge eh nur einmal probab bekommt. Ey, ich bin wieder bei diesem komischen Baum. Bei, äh, komischer Baum. Ja, ich hab übrigens, äh, wieder mal ein paar neue Sounds hinzugefügt zu unserem Resource Pack. Hat man eventuell im Let's Play Together Minecraft auch schon gehört. Wunderbar, ich hab ein Holzschwert. Warum irgendwie ruckelt das grad bei mir, ich versteh das gar nicht. Obwohl meine FPS-Zahl auf voll angezeigt wird. Also voll im Sinne von über 100. Und die Video-FPS ist auf 30. Dauergermas-Tot. Loi! Was? Lebst du noch? Ah. Ich bin jetzt, äh, bei... Was ist tot? Kommt zum Baum der Weiß. Mhm, da bin ich gerade. Ich seh dich. Hä? Hä? Unten. Ich komm in die Treppe... Ich komm in die Treppe nicht hoch, weil ich zu fett bin. So, hast du etwas zu essen? Hey, hast du ein Holzschwert? Äh, ja. Dann hält mir da oben jetzt irgendeine komische Tür. Hast du ein Eisen? Nein. Ich hab nämlich ein Eisen und einen Stick und da oben muss nur eine komische Frau bauen. So eine komische Frau mit Nachthemd? Warte, ich hab'n Bogen, ich hab'n Bogen, ich kann sie da runterschießen. Nee, lass mal. Komm einfach hoch. Jetzt rennt sie weg. Jetzt rennt sie weg. Warte, 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 warte! Nicht, nicht, nicht! Geh weg da! Ich bin weg! Nein! Ich hab' nicht getroffen. Bullshit! Bist du auch schon tot? Ja! Sie ist tot! Okay, hör' mal auf zu schreien, Mann! Hast du was zu essen? Äh, ja. Für mich? Ich hatte grad'n Steinschwör. Oh! Das ist... Toll! Vergiftete Kartoffel! Eigentlich hab'n noch das hier. Also, mein Start war relativ scheiße, ich hab' meine Kiste aus. Wir kriegen eigentlich, wir haben uns gleich verloren. Äh, wir wollen grad nicht an einem spawnen. War da grad einer, oder war das? Komm, wir gehen ins Dörfli. Wir gehen ins Dörfli. Ins Dörfli. Oh, warte! Jetzt, äh... Ja, hier siehst du ja, bei mir läuft das auch wunderbar gerade irgendwie. Ich weiß nicht, was da los ist. Bei mir steht 120 FPS und 30 Video-FPS. Jetzt nicht mehr. Jetzt geht's runter. Was sind das? Das halte ich in Cube World auch. Schon. Alter, 20. Neck mich doch. Geh mal unten rein. Oh, da ist jemand. Wo? Ja, ich seh'n. Also, äh, den Namen. Also, irgendwie versteh' ich das gut nicht. Ach, das ist überschlecker. Ja, ne, da ist überschlecker drin. Ich seh'n natürlich. Ich hab'n sogar zwei. So. Jetzt komm'n da hin. Noll. Na, guck mal, wie das rumleckt hier. Alter. Ach, du hast das hier. Ja, das... Ne, hier war noch ein anderer. Den hab' ich grad getötet. Aber guck mal, das liegt bei mir so komisch rum. Was soll denn das? Jetzt hab' ich auch'n Stick. So. Ich muss grad erstmal was essen. Okay, schön. Sag mal, warte mal. Ich weiß gar nicht, hört man gerade überhaupt was. Ich hab' keine Ahnung. Ähm. Was ist das ähnlich so? Woran liegt denn das? Guck mal. Ich hab' irgendwas rüstet, oder? Gib mir mal den Hanisch in die Hose. So. Ja. Fick dich. Was, Junge? Alter! Ja, was haben wir? Ist hier oben noch ne Kiste? Ne, ne? Schlecker ist keine Kiste. Schlecker ist pleite. Okay. Schlecker ist pleite. Genau wie fahren wir, weil die können sich anscheinend keinen Rahmen mehr leisten. Okay, die fahren fehlen, ne? Aber guck dir das mal an, ich kann das so nicht spielen, Mann. Ja, guck dir das doch mal an, mal im Ernst. Oh, Mann, Schallplatte. Ja, die kann ich auch noch mal ändern irgendwann. Ja, ich hör' die Musik. Ja, dann wird das bestimmt auch fast gar nicht wegen GEMA gesperrt. Nein. Da hinten ist noch einer. Ja, die GEMA ist super. Jeder mag die GEMA. Draußen und dann rechts war eben da. Wo? Hier hab ich eben seinen Namen gesehen. Da im Haus nun oder wo? Weiß ich nicht, hier halt. Musste ich mal ein bisschen umgucken. Ich kann ja mal gucken bei Schlecker, gucken mit G. Ich will jetzt nicht ganz nach oben rennen, aber ich tue es trotzdem. Ne. Hey, Pleite, äh, Pleite ist doch nicht Schlecker, ja. Äh, Schlecker ist doch nicht Pleite. Eine Kiste haben sie noch. Ja, stimmt schon. Ne, ist bestimmt immer eine. War hier im Grund eine Kiste? Ne. Weiß ich nicht. Kannste runter. Musste gucken. Nein. Vielleicht sollten wir hier mal aus dem... Was? Ich muss grad mal hier... Ich schütze mich grad mal. Video-Settings. Was? Video-Settings. Äh, fast ist... Ne, Fock kann ich aufmachen. Ne, schütti jetzt nicht. Ne, schütti jetzt nicht. Wo bist du jetzt? Wo ist im Haus? Wo ist im Haus? In einem Dorf ist das eine wunderschöne Beschreibung. Ja, du wirst doch bei mir nur morgen sein. Ne, ich war eben bei dir jetzt. Achso. Huch. Was? Warte. Achso, meine... Meine Sounds. Ich hör deine Sounds dann auch. Ähm. Ich hab' ne Schaltplatte. Ach, ich hör'n Brot machen. Warte mal. Ist da... Ist hier irgendwo ne Werkbank? Du brauch zwei Weizen. Er hat neun. Ich hab' neun. Wo bist du? Ich bin hier beim Brunnen immer noch. Da. Ähm. Ist hier vielleicht irgendwas drin? Das kann sein. Ich geh' mal gleich ganz nach oben, weil ich kenne diese Häuser in. Kannst du ja erst einmal abzählen. Genau, ich geh' hier mal reingucken. Ja, Schatz. Hier ist nix, nix. Nö. Ich hab' ne Workbench, da was passiert. Ja. Boah. Alter. Wer ganz hilft. Ja, das ist komisch. Gerade. Klo aufmachen. Alter, guck mal. Und trotzdem wird bei mir 30 angezeigt. Nein. Also Videos. Bin ja mal gespannt, wie das später im Video aussieht. Achso, du bist da noch drin. Ja, ich bin schon draußen. Da hinten ist einer gewesen. Ja, da ist einer, da ist einer. Komm raus, komm raus. Jetzt leckt das. Gute. Und links um die Ecke. Gute. 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 Ja, ich weiß, es ist gerade irgendwie ein bisschen sehr... ...lack... 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 ...das war kein Glück, das war... ...komisch. Ja. zweimal erfolge wo ist die ruflos große goldbrust aber ich habe ich natürlich gesehen ich habe zwei eisenschwerter weil das brot wirklich noch haben war natürlich dass ich etwas anderes geworfen okay wie viele leben noch ich wollte vier sagen was jetzt erfasst ich gehe jetzt hier mal weg man das geht doch so nicht habe ich schon tausendmal so ist somebody here in this map doch jetzt läuft das wieder besser als in dem dorf ja so irgendwas ist an dem dorf faul da lecker ja hier war doch eben der Blitz oder nicht nun um es hat gar keinen Sinn hat ihn gesehen okay ich gehe mal hier auf dem Berg ja es ist auch ein Berg die immer so jetzt nämlich hier mal da und die Pfeile will ich sehen wie viel ich hab und werde Goldrüstung jetzt leuchte ich im Dunkeln hier und da hab ich ihn sehen das ist er Brot, Apfel so ne das wird zu schwer warte jawoll ich bin grad zu dumm zum treffen so nein ja ja genau so ok das kann alles weg nein ich hab den jemanden aufgeworfen äh das weg das weg die weg jemand ja ich weiß aber so die Schallplatte ist nein die Schallplatte geht weg na gut hier das Eisenschwert nehm ich mit so wimmelt man gerade auf da so Kettenschuhe kann ich anziehen na die Tür wieder zu ähm man jetzt hab ich nur das Eisenschwert noch nicht hier schreit grad wieder jemand im Hintergrund das nervt mir äh Eier raus da ist das Eisenschwert und jetzt hast du dich die noch mitnehmen da hab ich doch so gut wie viele einer lebt noch ok äh Kettenschuhe ach egal jetzt wollen ja auch nicht ja wo ist er denn oder sie oder es genau so ein Mittelding aus sie, er und es naja egal ähm mhm mhm höchst intelligent ja höchst intelligent da hinten genau Promis hat ihn ach egal ich will noch nicht was läuft drüber die Brücken Spreng Spreng laufe über die Brücken, springen auf die Brücke Hörn Ups, jetzt springe ich zweimal ey die Frau ist uns nicht lustig die was die hast du gehört? ja man hört sich nicht echt ja Ups 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 jetzt hört man sich glaub ich nicht mehr jetzt hab ich meine Lautsprecher ausgemacht Sieh so viel Sound? ne ne? mhm doch ich hatte sowieso mal Doppel Sound überall oh nix war er da nicht? war er nicht hier? naja das lag also wirklich da da guck mal hoch nach hoch nein hinter dir da dann dann muss ich hier wieder raus äh hier wunderbar ach hier komm ich auch schon direkt auf den Berg auf den Berg berg ne das kann ich jetzt hier nur von dem nicht erzählen ähm das mit dem HSV das ist jetzt schon ein bisschen näher das hab ich auch schon erzählt im Let's play together was? das der HSV mal gewonnen hat uuha uuha uuuh uuuh 4-0 4-0 jepi von der Fahrt nicht durch den Elfmeter getroffen boah gegen Brauch ja und? haben wir aus Dortmund gewonnen genau und nächste Woche also genau diese Woche diese Woche klappt diese Woche geht ja äh geht's ja gegen Dortmund für den HSV ne ne doch ach so dann eben nächste Tag woche danach hä wieso ist denn jetzt oben kommst du runter so hm hm ich komm nicht hoch ich schleiche NEIN schießt er gut rum scheiße scheiße stört NEIN die doofen Kackranken ups dre dich um an so ich dachte das eigentliche so 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 jetzt mach ich das los sauber sauber jetzt jawoll weg die Sau so ja äh komm das hat geleckt und das war unfair ja 71 Punkte ist gewonnen das ist ja tragisch ja echt ich hab gewonnen ich bin traurig bist du so für ne Heususe heute ey ja also echt mal sonst bist du mir hier so voll ne und jetzt so voll und so voll sinnfreier zusammenhängender Satz so sind's auch nicht genau mhm 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 ok du bist ein Hacker Tobi äh ein Hacker mit E ein Hacker mit E nein wirklich nicht musste immer hier immer freundlich drauf reagieren immer mit einem lächelnden Smiley hey jetzt red ich was sagen die immer wenn du sagst nein nein ich doch nicht ja hallo ihr habt das doch gesehen also wenn ne also also mehr wenn jemand Hacker ist dann du also das ist nicht so das Ding ne ja ja klar ihr seht ja ich benutze auch hier Toggle Sprint und so wie oder wie heißt den Wort irgendwie so Better Sprinting oder was genau Better Sprinting heißt das Dankeschön und ja seht ihr ja hier ne Better Sprinting und wenn ich jetzt schleiche dann renne ich immer noch wie man sieht man sieht immer noch die Partikel wenn man rennt ich laber schon wieder viel zu viel am Ende des Videos ähm ja dann würde ich sagen war es das auch für diesen Samstag und dann sehen wir uns hoffentlich auch nächsten Samstag bzw. nächsten Mittwoch wieder und ihr auch noch irgendwas sagen so oder du laberst schon wieder zu viel ich laber zu viel ok was die scheiße tschüss du auch Alter du auch warte so jetzt mach ich so tschüss äh ciao